Ganz herzlich willkommen, hallo zu Brisant am Samstag. Heute Abend kommt sie noch ein bisschen wackelig, Alice. Aber das wird gleich mehr in Brisant prominent später bei uns in der Sendung. Aber erst einmal Nachrichten vom Tag heute. Sie zieht auf eine schöne große Pizza. Und wie wäre es, wenn die Ihnen noch direkt in den Mund geflogen kommt? Gibt es nicht? Gibt es doch. Und da fliegt sie, die Pizza. Jetzt zu einem Thema, das beunruhigt, liebe Zuschauer. Es geht um Wildschweine. Es ist ein Start ins Wochenende mit gleich mehreren Unfällen, bei denen sich Jugendliche den Schlüssel der Eltern geklaut haben, um dann verbotenerweise mit dem Auto losfahren zu können. Schleswig-Holstein. Vier Menschen von den Tieren verletzt, als sie durch die Stadt wüteten. Und jetzt kam es zu einem tragischen Fall nach Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Ein 50-jähriger Jäger. In Berlin ist ein verdächtiger Umschlag aufgetaucht, der aktuell von Sprengstoffexperten untersucht wird. Er wird als gefährlich eingestuft, also der Inhalt. Das ist das erste Mal seit der Paketbombe von Potsdam kurz vor Weihnachten. Hintergrund war damals ja eine... Nein, das war kein guter Start in den Tag in einigen Bundesländern. Punkt 6 Uhr heute Morgen schlugen die Beamten zu. Etwa fünf Monate nach den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg gab es heute bundesweit Razzien. Es geht unter anderem um schweren Landfriedensbruch und um Gewalttaten gegen Polizisten. Mit passendem Sonnenschein dann zum Frühjahr noch dazu. Also Berlin hat sich einiges vorgenommen für dieses Jahr für den Alexanderplatz. Wir machen weiter mit Prominenz zum Wochenende. Warum Frank Elstner und Heiner Lauterbach allen Grund hatten gestern Abend sehr stolz zu sein auf die eigenen Kinder. Zu der nachhaltigen Mode gibt es auch bei brisant.de. Klicken Sie doch einfach mal rein. Schwarzer Pageschnitt, kirschrote Lippen und eine Stimme mit dem Gewissen vibrieren. Das ist unverkennbar. Na? Wir sind hier jetzt am Alexanderplatz in Berlin. Der gilt nach wie vor als Kriminalitäts-Hotspot und machte deshalb sogar bundesweite Negativschlagzeilen. Alkohol, Drogen, immer wieder Gewalt. Das gehörte dort zum Alltag. Gehörte, das will man so. Das soll sich nämlich jetzt endlich... Millionen von Ihnen in Deutschland. Eigentlich müsste man jeden Tag über Sie berichten, da Ihre Arbeit so immens wichtig ist. Und heute, am Tag des Ehrenamtes, wollen wir die Gelegenheit nutzen und eine Organisation vorstellen. Stolze Mamas und Papas gestern in München und Prominente mit Durchblick gab es dazu. Bei der Modenschau eines Brillenherstellers liefen nämlich mal nicht nur Models über den Laufsteg, sondern Promi-Kinder. Und die Mamas, die haben uns zwar versichert... Der Star in Frankreich natürlich, aber auch international schwimmt. Die 71-Jährige bereits seit Jahrzehnten auf der Erfolgswelle. Doch tief im Herzen ist sie patriotisch und das zeigt sie jetzt auch. Made in France heißt ihr neues Album. In Hollywood geht zwar wieder ein bisschen Knatsch. Und zwar diesmal ums Geld. Also die, die ganz viel bekommen, die sind natürlich super happy, aber die anderen weniger. Zu neuen Erkenntnissen sollen Laptops, Computer und auch Handys führen, die beschlagnahmt wurden. Doch vor Ort, bei den Durchsuchten, sieht man das ganz anders. Der Bademattel unvergesslich schon. Ab kommender Woche kommt ein Film mit ihr, Ulrike Krummigel, in die Kinos. Es geht um Träume, die Möglichkeit im Leben, einfach nochmal alles zu drehen. Ist ja eine schöne Vorstellung. Oder einfach stoppen, nochmal alles neu anfangen. Würde Sie das auch gerne? Ab kommender Woche kommt ein Film mit ihr, Ulrike Krummigel, in die Kinos. Es geht um Träume, die Möglichkeit im Leben, einfach nochmal alles zu drehen. Ist ja eine schöne Vorstellung, oder? Einfach stoppen, nochmal alles neu anfangen. Ist nicht so typisch genau, gibt es aber jetzt unter anderem mit ihm hier, André Hennicke. Ihnen kennen Sie aus dem Tatort vielleicht, ist aber aktuell in einem Inside-Thriller zu erleben. Über den Film, aber auch über die Zeit in der DDR und Francis Ford Coppola haben wir mit ihm gesprochen. Sie aus dem Tatort vielleicht, ist aber aktuell in einem Inside-Thriller zu erleben. Über den Film, aber auch über die Zeit in der DDR und Francis Ford Coppola haben wir mit ihm gesprochen. So, auf die Kombination sind wir sehr gespannt. 20.15 Uhr die ganze Geschichte, auch die Pyramide nochmal. Ja, der Florian Silbereisen, zu Recht ganz weit oben. Dann haben wir jetzt noch eine Liebeserklärung, und zwar vom Gentleman der Musik, Max Rabe. In drei Wochen ist es soweit. Weihnachten naht mit großen Schritten mit Lebkuchen, Geschenkestress und Glühwein-Partys. In München ist ab jetzt sogar jeden Tag Heiligabend. In der Komödie im Bayerischen Hof spielen Jutta Speidel und August Schmölzer das Traumpaar der Weihnachtsgeschichte. In der Komödie im Bayerischen Hof spielen Jutta Speidel und 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 Jutta Speidel.